so bin wieder da danke fürs warten genau wir machen jetzt eine mission wo müssen wir denn da überhaupt hin nach putin putin so ach so halt warte warte bevor wir das machen ganz kurz intern optional wir haben schild generator klasse 6 wir haben ein frachtgestell klasse 6 die weiterhanger klasse 5 steuerung und ladelukenöffner ich glaube da braucht man nicht unbedingt den bau warte den lager ich mal ein so wir brauchen eigentlich ladelukenöffner nicht klasse 5 sondern der würde uns klasse 3 für uns erreichen und der kann drei drohnen aktiv haben das reicht glaube ich auch das ist eh viel zu viel hacking zeit sieben sekunden gut die hacking zeit ist natürlich ein bisschen schneller bei dem anderen wahrscheinlich dann nehmen wir jetzt mal den rein so dann können wir den hier rausschmeißen können verkaufen verkaufen oder ersetzen machen wir mal ersetzen so dann machen wir hier sammeldrohnen 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 da nehme ich jetzt sammeldrohnen die hier die hier äh gibt es die äh gibt es hier nicht zu verkaufen oder warte ich tue sammeldrohnen sammeldrohnen tut ersetzen tut eingelagern tut tauschen achso ne halt das ist falsch falsch zurück verfügbar und eingelagert achso ah ok es gibt hier nur eingelagerte es gibt hier keine sammeldrohnen zum kaufen schade schade ich lass sie mal hierher liefern so ladelukenöffner sammeldrohne ist natürlich klasse 2 dann würden wir nämlich die hier ausbauen und gegen sammeldrohne austauschen oder woanders auch ist die frage gibt es hier was in der nähe wahrscheinlich in punt hin sogar wenn wir da eh hin müssen schauen wir uns das system mal kurz an da waren wir schon mal da waren wir anscheinend noch nicht hä? wir waren noch nicht in punt hin verrückt hohe sicherheit gibt es oh hohe da haben wir uns ja eine tolle mission rausgesucht hohe sicherheit gibt es da gut pass auf ähm ausstattung ich suche ja was ist denn denn hohe drohne woanders entfliegen dauert es bestimmt genau so lange transferieren aber wir können während der transferiert was anderes machen deswegen müssen wir erst mal wir brauchen ja nur sechs bier wir müssen ihm nur sechs bier abknüpfen das heißt ich würde die mission jetzt einfach mal starten und wir schauen dann nachher nochmal ich muss jetzt nichts umstellen eigentlich wir können natürlich das hier testen so ich könnte natürlich auch einfach beide benutzen und sammeltrohen sind wir noch drin genau ba 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 okay passt eigentlich Fahrwerk eingefahren die die das das geht denn ja das ich dann wir auch so was ich ein Alles klar Andreas, dann mach's gut. Danke fürs reinschauen und für die Hinweise und Tipps wie immer. Ich wünsche einen guten Appetit. Lass uns scannen. Missionsziel entdeckt hat er gesagt. Ach ja, ach, schauen wir an. Ähm, ist das unser Ziel? Au. Ne, das ist irgendwer anders. Alles klar, der, der... Hi! Grüß dich. Lass mich in Ruhe. Hä, ich will sparen? Was? Ausrichten. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Bereits hofft rum. Vier, zwei, zwei, eins, vier. Zieh mich mal, ne? Da kommt gleich ein Kopfkirchen hier angekackt. Bevor ich überhaupt geguckt habe, wo wir hin müssen. Ähm, drei, 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 drei. Der ist ja schon wieder. Was, 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 was. Okay, wir brauchen... das Bier von dem Edward Marx. Hm, ist der das? Ne, ne? Das ist der Rombus. ist er hier so ein bisschen auf das nächste das schiff heißt schon erst er hat doch eine das ist der bad crazy roi ups was ist denn jetzt schon wieder? ach der rombus mal wieder der wird uns nicht in ruhe lassen lassen ich fürchte der rombus der liegt es wirklich darauf an dass wir ihn abschließen so wir konnten gerade schilderechtigkeit wir konnten gerade das frachtding äh das frachtding angucken und wir haben das versorgen schafft das geht obwohl wir achso ne geht nicht können wir die unterziele angucken schaden ich glaube unterziele kann man an die frachtding kann man nicht an so gesucht feind meister ikumoku aber er ist nicht mein ziel ich glaube sie ist so ein geraden ist versorgen schuld wie funktioniert das nochmal hier bier auftreiben sie müssen für uns von edward max das zeug stehen Er hält sich hier auf? Okay. Eventuell müssen wir zur Navigationsbühne. Ich flieg mal zur Navigationsbühne. Ich hoffe, dass uns der Kopfgeld hier jetzt nicht schon bemerkt. Stimmt's Also, ich bin eine spannende noch, dass ein Verküpfelkisch. Auch wenn man die Verküpfelkisch kennenlernen kann, wie man die Verküpfelkisch verknückt hat und nur bei dem Ofen können. Hey, was, warum hat er ich, ah, jetzt hat er gerade ein anderes Ziel ausgewählt. Das war ich nicht. Das ist einfach auf ein anderes Ziel gesprungen, oder? Die Leuchter. Gleich. So, da ist die Boje. Jetzt scanne ich die mal. Edward Marques. Was ist das hier? Hat er sechs Bier? Er steht noch aruf. Wir bei sechs Bier also ... Ja das ist er nicht, das ist der Dave, Great Phantom, hm. Ein Utopia-Aufseher, was hier so ganz komische Leute kriechen hier rum. Randolf der Große. Das Raumschiff heißt Fist und er heißt, ist wieder ein Utopia-Aufseher. Wieder ein Feind, er ist gesucht und Feind. Hm. Ich glaube wir sind hier falsch. Mal schauen, ob wir jetzt was finden können. Ich glaube wir sind hier falsch. Vier, drei, zwei, eins. Was? Was? Hm. Was? Das sieht doch gut aus. Ist nur ein Stückchen weg? Ach du Scheiße. Na, vielleicht haben wir Glück und da draußen stört uns wenigstens keine Polizei. Das ist echt weit. Das ist echt weit. Was? Ja, jaaa. So. Dann klauen wir ihm sein Bier. Warum überfällt man Raumschiffe für Bier? Und wir haben die Drohnen vergessen. Ah, ich hab die Drohnen vergessen. Das ist so ein Scheiß. Muss mit 8 Drohnen funktionieren, also. Mann. Die Drohnen waren doch eigentlich der Grund, warum ich zur Station geflogen bin. Na ja. Also wir dürfen unseren Jäger ja nicht einsetzen, weil sonst ist der gleich kaputt. Das Beste wäre natürlich, seine Antriebe labzuliegen. Und ihn dann gemütlich auszurollbern. Allerdings habe ich Angst, dass er dabei auch schon kaputt geht. Und wir haben nicht so viel Zeit, weil wir in einem Gebiet mit hoher Sicherheit sind. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir einfach Schilde wegballern, die Ladelukenöffner auf ihn ansetzen. Und dann direkt anfangen einzusammeln. Und dann kommt... Dramatische Jägeri. Und dann deutlich... Ich bin gespannt, ob wir das schaffen Ich habe ein Verzeichnis drin, aber warum ich nicht mehr lege? Wir können nicht gleich so offen losgehen Okay, und dann einmal umschalten, bis der Sammler kann Das ist nicht der Mensch Jetzt bin ich gleich da und dann kommt er hier angepackt Das ist echt, das ist super anstrengend Ah, wenn man ein Preis aus seinem Kopf hat, ich bin so Jetzt auch Das ist hier draußen vor allem, ne? Warum sucht er zu ihm? Was macht er hier? Hat ihm jemand verraten, dass wir hier eine Mission haben? Da haben wir einen Maulwurf in der Crew? Missionsziel entdeckt Missionsziel entdeckt Da haben wir es Type 7 Transporter Ohne Ohne Schilde? Ohne Schilde Jo hallo Ladebückenöffner Drohne aktiviert Kopfgeld verhängt Frachtesziels abgeworfen Drohne wird programmiert Ladebückenöffner Drohne aktiviert Da sind zwei raus, ok Frachtesziels abgeworfen Oh shit Oh shit Okay, was war Äh, wir brauchen Die Sammler Frachtesziels abgeworfen Kopfgeld verhängt Das ist unsere... Aha, unsere Sammeltone ist schon unterwegs Ja, Sammeln, Sammeln Ja, Sammeln, Sammeln Wieviel wir fliegen Geht schon rum Eins, zwei, drei, vier, fünf Ah ok, und eins haben wir gerade aufgesammelt Das könnte klappen Unser Jäger muss uns ein bisschen Luft verschaffen So, genau, das Bier Und die Drohne Und die Drohne So Komm So Drei Bier haben wir schon Drei müssen noch unterwegs sein Oh shit Zwei nur noch Wie viel haben wir? Haben wir echt nur drei? Ah, scheiße Vielleicht fliegt da hinten noch eine Ein, vier Gut Gut, dass wir unseren Fighter haben Der hält uns gerade gut den Rücken frei Oh, schlecht Oh, schlecht Schaden registriert Komm Sehr gut Schilde aktiv Sehr gut Ich hole mal hier das Bier Ranuell So Und das Bier noch? Ah, scheiße Das ist kein Bier Und das Bier? Ah, das ist kein Bier Wir können ihm so nicht folgen Schilde aktiv Ich hole mal unseren Fighter zurück Sammeldrohne Sammeldrohne deaktiviert Fighterschilde deaktiviert Schaden registriert Kriegt er was hin? Ist er weit weg? Ah, der ist zu weit weg Okay Okay So, wir haben von den Sechs, was wir brauchen Sechs Oh geil, wir haben Wir haben das Bier Geil Wir haben das Bier Jaaa Zurück Los Ah, Abflug Hä? Hier so? Hä? Warte Nee, die Missionen müssen wir hier abgeben Na? Kurz vor Genau In Smite-Ti müssen wir die Mission abgeben Sind wir in Smite-Ti auch gesucht? Wieso das? So langsam sind wir überall gesucht Habe ich das Gefühl? Aber wir sind nur noch Du für zwei berühmt Das ist so gut Zwei Eins Zwei 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 Behörden ab und wir können uns in aller Ruhe um die Beutel kümmern und wenn man mehr Sammeldrohnen dabei hat, ist man dann natürlich auch schneller, das probieren wir jetzt gleich nochmal mit unserer besseren Sammeldrohnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube die Crate MK2 ist echt ein gutes Piratenschappen. Ich kanns grad nicht. Hallo? Sag mal. Was ist das denn jetzt für ein... Ich konnte grad nicht jetzt für Mühe runter. Das wird schön. Hier ist so ein Wrack auf der einen Landebahn. Da hat das wohl jemand eigentlich. Nee, bitte nicht. Ähm... Ich bin zwar hier eigentlich nicht gesucht... Aber wir müssen noch ein Riesling bauen. So. Uff, hat er versucht mich zu scannen hier? Ähm... Es soll mal die Akunusdaten irgendwo los werden. So. Schwarzes Brett. Abgeschlossen. Ähm... Mo... Da. Kontakte vielleicht. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Oh nein. Habe ich... Nein. Ich glaube ich hab... Einen schweren Fehler begangen. Nee, warte. Das... Da stand ja stehlen. Das passt schon. Nee. Ich dachte grad... Das war vielleicht bloß so eine Schmuggel über Gabeln. Und ich hab die Typen angegriffen. Aber das... Da stand ja stehlen. Wieso kann ich das jetzt nicht abgeben? Waren macht. Das geht auch nicht. Okay, wir können uns mal unser Ding mitbauen. Hey Bobby Bob, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Ja, was geht? Ich versuche hier grad eine Mission abzuschließen, was nicht funktioniert. Ich hab sie eigentlich erfüllt. Aber... Irgendwie... Darf ich sie nicht abschließen. So, warte mal. Hier... Wir müssten jetzt eigentlich unser Ding hier haben. Sammelträume. Genau. Die sind angekommen. Genau. Die wollen wir haben. So. Jetzt haben wir eigentlich ganz gut ausgerüstet. Sammelträume. Achso, haben wir jetzt doppelt. Die können eigentlich raus. Dann hätten wir sogar ein Ding frei hierfür. Sammelträume haben wir jetzt. Jetzt werden die Ladelupenöffner drungen. Verzeichenscanner haben wir. Könnte sich höchstens hier Modulversterbung oder so. Das ist ja auch nicht bei uns hier. Das ist ja auch nicht bei uns hier. Was bauen wir denn da jetzt ein? Jetzt haben wir ein Slot sogar frei. Warte mal. Lade-Lupenöffner haben wir. Frameshift-Antrieb-Unterbrecher haben wir. Hm. Fighter haben wir. Sammelträume haben wir. Ach stimmt. Treibstoff-Sammler hatten wir ausgebaut. Können wir natürlich jetzt einen kleinen wieder einbauen. Das machen wir mal. Nehmen wir mal so einen kleinen mit. Kann es sein, weil du einen Strater hast und deswegen die Mission nicht abgeben kannst? Ich bin hier eigentlich nicht gesucht auf der Station. Ich bin hier nicht anonym angemeldet. Und die Mission war illegal. Es wäre schon komisch, wenn ich die jetzt hier nicht abgeben kann, weil ich eine Strafe habe. Hier. Das haben wir gemacht. Sie erhalten ihre Belohnung bei Lieferung. Da halt eine Refenerie ins Maiti. Das sind wir. Du musst die Strafe erst zahlen. Ne, muss ich eigentlich nicht. Ich habe ja Zugriff aufs schwarze Brett. Nur da ist null. Null von null. Und hier haben wir keine Strafe. Und hier mal. Dann berüchtigt wird es zu hoch. Kann es sein, dass es daran liegt? Toll. Jetzt haben wir da das Bier geklaut von dem armen Typen. Ich habe die Mission vor dem schwarzen Brett angenommen. Einfach hier bei Freiberufler. So eine Mission war das hier. Sechs Einheiten bla 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 auftreiben. Genau das war alles. Ich schau trotzdem mal. Ich steig noch kurz aus und lauf da mal hin. Eventuell muss ich irgendwie mein berüchtigtes Dasein loswerden. Keine Schwerkraft. Magnetkontakt aktiv. Oder ist es wieder so ein Bach? Das sieht eigentlich hübsch aus hier, ne? Mit dem blauen Licht. Wie ok? Ich geh mal kurz hier um. Ach gut. Ich geh mal kurz hier um ans terminal. Wenn Sie ein paar Probleme für mich lösen. Ja, so. Ich habe selber gerade Probleme. Keine abgeschlossene Mission. Hm. Laber mal die NPCs, vielleicht hättest du die anderen. Nee, also. Ich wüsste doch, wenn ich ausgestiegen wäre. Ich bin ja nicht ausgestiegen. Je schneller das vorbei ist, desto besser für alle. Kann ich Sie echt nicht überreden? Nein, das nicht. Ich kann es mal machen, aber ich glaube nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe es ja im Schiff angenommen. Wenn Sie sich ein paar Credits verdienen wollen, sicher ist Ihnen bewusst, dass ich Ihnen da nicht unter die Arme greifen kann. Verdeckter Diebstahl. Schiffsplan aus einer Siedlung stehlen. Sie lassen sich hier eine großartige Chance entgehen. Ja, das machen wir gleich. Ich habe so die Befürchtung. Ich habe so die Befürchtung. Sie würden besser einfach verschwinden. Nee, töten wollen wir niemanden. Aber wenn Sie jemanden kennen, der weniger ist. Okay, pass auf, wir machen. Ich glaube, ich befürchte, wir müssen unseren berüchtigten Status tatsächlich runterkriegen. Damit das funktioniert. Was ist das denn für eine Mission? Das wäre dort, um Ihren Gesichtsausdruck zu sehen. Das wäre dort, um Ihren Gesichtsausdruck zu sehen. Der verdeckte Auftrag wird in der Siedlung Alarm ausgelöst. Wird der Auftrag annuliert. Ah, das ist ein Schleichauftrag. Sehr schön. Relog. Stimmt, das können wir noch ausprobieren. Mach ich erstmal. Ich gehe mal kurz ganz raus. Nein, mal kurz ganz raus. Gehen wir wieder rein. Meistens hilft es ja. Mal schauen. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich gehe nochmal schnell ins Schliff. Ich gehe mal kurz nach vorne. Schnaufe. Doch, nicht gleich, dass wir reden sollen. Doch, doch. Dann sind wir auf jeden Fall sicher, dass alles... Aller Bugs die sich damit lösen lassen, haben sich jetzt gelösen lassen. Nö. Haben wir die Mission überhaupt noch? Die Mission haben wir noch. Was mich auch ein bisschen wundert, ne? Wir haben 6 von 6 Ist doch 6 von 6 Und wir haben hier 6 mal Bier Mission Das ist alles richtig Zerstören wollen wir es nicht Transfer geht nicht Ja, ich kann ein Teemojis sehen Was soll das? Was halt komisch ist, ne? Er zeigt mir immer noch hier Puntin an Dabei war ich da schon Und hab die Mission ja gemacht Und es stand da, ne? Dass ich den armen Händler töten muss Deswegen Puh, ich weiß nicht, ich weiß nicht Irgendwas stimmt hier wieder nicht Keine Schwerkraft, Magnetkontakt aktiv Hm Wie lange haben wir Zeit für die Mission? Zwei Tage oder so, ne? Zwei Tage, okay Weißt du was, dann würde ich das einfach mal so lassen Ich bleib hier jetzt mal AFK Eingeloppt Damit unsere Unsere Berüchtigten runter geht Dann werden wir das los Und dann schauen wir nochmal Ob die Mission abgehen können Weil Interstellar Faktor geht ja hier Das würde er dann gehen Hier mal nichts, macht Kontakt Das ist ja auch nicht Keiner Das ist dein Lieblingszeichen Die Kartoffel Ja, die ist auf jeden Fall sehr Aussagekräftig Hm Okay, ja gut Ähm Dann würde ich es jetzt dabei belassen Vielleicht sehen wir uns später nochmal Ansonsten Sehen wir uns Wahrscheinlich Könnten wir uns morgen früh nochmal sehen Und ich hoffe, dass ich bis dahin das Kopfgeld losgeworden bin Genau Danke fürs Reinschauen Fürs Zuschauen Fürs Ähm Weiß nicht Drüber schauen Bis zum nächsten Mal dann Tschaui